Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Trouble in Terrorist Hall mit Eure Manolo und heute mit dabei ist der Troll-König, hei Troll-König. Der Swiss-Solution, der Swish, der Kira, der Spanky und der Saramu. Hallo. Der Knight-Trader ist nicht da, der ist nur noch nicht vom Service. Ich bin gerade gekommen, ich bin gerade gekommen. Ah, du bist auch da? Ja. Ah, der Knight-Trader ist auch da. In diesem Fall, da sind wir zwei, vier, zwei Traitern. Wei, nicht drei. Wir sind drei. Wer ist der raus? Nein, es sind drei. Hab ich nicht gemeint. Ab neun sind drei. Nein, nein. Wir sind nur noch acht. Wir hatten doch jetzt die ganze Zeit drei. Und wer ist raus? Wer ist nicht mehr da? Der Solution, ich nicht. Es ist jeder da? Nein, der Schrott Heinz ist nicht mehr da. Ah, ja. Ah, da sind wir gleich acht Leute gewesen. Tote davor, also der Swiss-Solution, das ist der Vorsäcker. Und nein, wir waren vorher neun. Schön, so kannst du dich bestätigen. Nein, was? Ähm, wenn du jetzt den anschaut, drück mal E. Ja. Mit E solltest du nachher gleich bestätigen können. Nein, kann ich nicht. Okay, weil ich auch mit E. Jeder, der mich in den Kopf schiessen möchte, ist ein toten Mann. Ich habe mich verbulkert, verbarrikadiert. Kannst du den drücken, wenn du draufschaust? Nein. Also du kannst auch drücken, aber es passiert nichts. Hm. Wenn du die Leiche anschaut, steht nicht Press Add to Search. Also Swiss-Solution ist bei mir bestätigt. Ja, ich habe ihn bestätigt. Aha, jetzt ist es gegangen. Und dann? Äh, da tut es eigentlich oben rechts angezeigt, tut es in die Leiche auch bestätigen. Wenn du den Tabulator drückst, siehst du jetzt Confirmed. Ein Traitor. Und so kannst du dann eigentlich rausfinden, ob es jetzt ein Traitor gewesen ist oder nicht. Also immerhin eine Leiche durch die Leiche anschaut, ich schaue und E drücke. Okay. Wow, shit! Shit! Oh! So! Und wer war es? Der Trolli. Ja, ich meinte, ich nehme alle mit. Verdammt. Ich habe nicht ganz. Ich habe mich nicht zuweilen. Oh, das ist schlimm. Wieso ist der eigentlich der Schrott hier raus? Weiss es aber. Weil er gar nichts sagt. Mach, mach. Verabschiedet. Ah, Community Bowling. Geile Map. Mhm. Wo bin ich jetzt da wieder? Hä? Nein, du, nein, du! So, wieder mal etwas zu sehen. Da brüfft du! Da brüfft du! Da brüfft du! Da brüfft du! Okay. Ja, okay. Das klingt interessant, gell? Die, die zwei wieder da. Hey, hey, hey. Ja, komm, zeig dir jetzt etwas. Dann geht's auf das Maid. Wer schiesst da, da schiesst schon etwas. Ja! Ja! Ah! Jetzt schau mal da. Ich bin immer noch dran. Ah, nein. Da ist die Takti. Da ist in die Schüssel hinein. Was willst du zeigen? Bei welchem bist du? Ja, das sag ich dir nicht. Da kommst du ins Kopf schiessen. Nein, nein. Ich bin hier am zuschauen. Du siehst da die Wurst, he? Ha, 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 ha. Ich komm, komm, komm. Ha, 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 so komm jetzt. Oh nein. Jetzt kannst du.. Jetzt kannst du mal machen weil sie schon lange hast ... Hehehe, hast du deinen Rock et Pfau auf den Schüsse lassen? Ha, 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 ha. Hoffentlich wirst du das jetzt noch nicht nach dem Geschäft. Nein. Ich nicht. Hehehehe. Huuiiiiiei. Oh nein, jetzt bin ich... Ich bin verpackt wohl! WTF? Nein, Scheisse! Hilfe! Rette mich! Wieso, wo bist du? Auf dem Wehrzeh! Hey, wieso tut es bei mir? Ich hätte sich hier noch einen rumgelassen. Was ist der Top bei Meckel? Ja, Scheisse! Oh, hey, nicht mehr ohne Verpacken! Hilfe! Alles! Ich gehe jetzt Leute verpacken! Nein! Ah! Ah! Ich habe noch einen Schiss dran! Ich musste... ...druck ziehen! Haha, ich habe ihn, Mann! Ich habe ihn so mitscht, dann ist er zu vorteil gekommen. Und ich habe ihn abgeschossen, aber... Ah, der... Oh, ich habe den Verlebt. Oh, oh! Alles gut! Wann mach ich jetzt? Holy Shit! Hey, Sandi, du musst den Anno-Logo bestätigen, dann habe ich einen Mödi-Päckchen. Ja, warte mal... Nein, gar nicht durch die Porte! Oh! Trolli! Es ist glaube ich auf der anderen Seite... Hey, jetzt stop! Wer bist du? Nein, er ist nie einer... Kann man eigentlich durch das Portal durchschiessen? Nein, ich glaube nicht. Schau, ich packe jetzt auch in die Ecke. Warte, jetzt fahre ich auch rein! Ja, wieso? Ja, genau! Jetzt ist er nur einer unter die Schiabombe gekommen! Oops, sorry! Ja, äh... Well, fuck! Ja, genau! Ja, da müsst ihr ein Disco oder so. Vielleicht kann man uns da irgendwie raussiessen. Da wird ja auch noch eine. Oder öblich schiesst alle anderen. Also warte, jetzt müsst ihr alle beten, dass es funktioniert. Okay. Amen. Hallo? Hallo! 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 Nein. Oh! Oh, was ist mit dem Hocken raus, oder? Eben... Wir müssen... Wie mit rechts kleppen? Mit der Crowbar! Okay, rekt auch nicht! Oah! Dreck mir jetzt doch Spanky! Ach, Entschuldigung! Kann ich wieder beleben? Als Detektiv? Oder nur heilen? Ich habe einen Krossboni gekauft. Der Handy kam raus. Ja, ich habe einfach geschnitten. Jetzt bin ich irgendwo am Arsch vor der Welt in einem dunklen. F***. Alex, dein unterer Teil ist hässlich. Wisch, was machst du hier? Wir sind alles damit angefangen, dass wir ruhig auf der Schiene sind. Ja, ich habe einen Krossboni gekauft. Erzähl nicht, dass ich mit deiner Pistole auf mich mache. Ich mache meine Föße. Ok. Hallo. Hi. Äh, ja. F***. Der lebt zu schno aus mir. Ich glaube noch. Ich bin auch immer noch da. Wir sitzen zu dritten. Swiss, geh weg, geh weg. Geh weg. Wäre noch ein grosser, der macht den ja wahnsinnig. Alles grosser. Denkst du, jemand ist tot? Hey. Warte, ich will ein... Wenn du jetzt noch einmal um die Ecke kommst, dann schiesst dich mal. Ja. Äh. 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 Lebt nur irgendjemand, der nicht festgepackt ist. Also nein. Wer lebt jetzt noch alles? Wer lebt noch alles? Ich lebt noch. Ich bin ja immer noch da. Und ich. Einfach die, die zu uns kommen, die sind böse. Das müsst ihr wissen. Es leben zwei noch aussen. Ich und... Eben, das geht auf die Raid drauf. Es passt genau. Ja. Das Problem ist, kann ich Ski essen, sonst bring ich jeden von euch zu einem um. Ja, man muss ein Opfer bringen, ab und zu. Das geht schon. Ah, okay. Einfach die Raid drauf. Lustige Ski. Ah. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass endlich die Schihad-Bombe kommt. Ah. Nicht strange gewesen. Aber Ahnullu, das ist doch geil gewesen, weil plötzlich kommst du zu mir in das Portal. Eben, ähm. Für den, was Talbe Portal-Gans braucht, bitte nicht festpacken. Das ist, äh, lustig für den Zuschauer, noch lustig für den Spielfluss. Schaut euch einfach, weder die brauche ich, dass ihr irgendwo eine sichere Ausgang habt. Das ist schon. Und dann sitzen wir am Schluss nach dem 6. hoch in einer Ecke. Das ist blöd. So, oder wie jetzt. Genau. Wir haben den einmal gewonnen. Ja. Das ist schon eine neue Strategie. Kira, noch zu deiner Frage, ob du durch das Portal schiessen kannst. Es geht, im Fall. Ja, ja. Auch Granaten und alles kommen da durch. Geil. Hat sich schon mal jemand selber mit umgebracht? Ja. Spiegelbeich geschehen, oder? Ja, kann sein. Genau. Das war so witzig zuzuschauen. Hey, was passiert eigentlich, wenn wir auf die Kackwurst schiessen? Das hat doch schon mal ein Devout gegeben im Counter-Strike, wo dann die Kackwurst explodiert ist, nicht? Oh, das mag ich. Ich kann es mal probieren. Das weiß ich nicht. Wow, da ist gerade im RwC jemand gestorben. Ein schöner Tod. Der Spanky ist gestorben. Warte, der ist dann noch nicht raus, der muss auch noch da drin sein. Dann muss ein Susi. Nein, ich bin gleich raus. Da! Da, da, da! Scheisse. 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 Ah. Ah. Ja, sorry, aber... Also... Woops, sorry. Also ich habe auf dem einen den Jehat-Bomben aufgenommen. Aber... Kann ich die wieder wegschmeißen, irgendwie? Nein, kann ich die wieder wegschmeißen? Nee. Hey, ähm... Kira! Ah nein, der Rieder. Tschüss dir dann erstens, eh? Alex, ich habe eine Jehat-Bombe. Ja. Wenn ich stirb... Wirk sie lieber weg. Nein, geht nicht, geht nicht. Das heisst, wenn ich stirb, stirbst du mit mir. Verstanden? Wir sind eben gemeinsam. Hey, 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 hey. Was ist das da? Ich habe ihn vom Traitor aufgenommen. Ich weiss nicht, wie man sie wegschmeissen kann. Das ist kein Problem. Beziehungsweise mit Q funktioniert es nicht. Er verschiesst jetzt den Ärzten, das ist ein Sechser. Also eigentlich habe ich kein Traitor mehr sein, weil ich hätte ihn schon lange umbringen können. Ja, das ist schon so, aber äh... Alex! Das macht einen ein bisschen nervös. Sagen wir's mal so. Ich gehe jetzt einen absaheben. Und dann werde ich dort schon letzte Erfahrung gemacht. Nicht, Strondi. Ich gehe auf das Frauenwitz. Ja, wir sind jetzt... Alex, wo bist du? Wo bist du denn? Frauenwitz? Ah, er ist im Stiefel, sein Körper. Ist auch noch da. Ich habe es gesagt. Sorry. Ah, du... Was hast du denn? Ich habe jetzt gerade... Wiss umgebrachte, der nicht weggegangen ist. Heftig. Ich habe jetzt noch jemanden auf das Männerwitz. Hey. Ah, die macht ihm voll schade. Ach, du hast eine aggressive Bowling-Kugel. So richtig müsstest du eigentlich Traitor sein. So. Hey. Hey. Wow. Hey. Das ist die Bowling-Kroglix. Ich habe die ganze Zeit versucht, den anderen damit zu sagen, dass du das bist. Wo ich die ganze Zeit mit der Bowling-Kugel dir hinterher bin. Ah, Spanky, Mann. Wieso hast du dich doch nicht direkt umgebracht, weil ich dich mische. Ich finde das einfach so geil, einen voll über den Klo zu schiessen. Aber es beitet mich jedes Mal wieder die blöde Kackwurst. Immer Durst, immer Durst. Und ich jedes Mal verwötscht mich der Anu dort. Ja. Und ich jedes Mal verwötscht mich der Anu dort. Ja, aber lass es einfach rauskommen. Auf die Wurst schiessen bringt nichts. Gut, ich muss jetzt nicht nochmal schauen. Aber in jeder Schüssel liegt die Wurst. Ich bin Detective. Nitroid ist AFK? Da gibt es eine Art Lugan-Naction. Dann schauen wir mal. Magnum kann man nehmen. Was ist der Golden Eagle? Golden Eagle kann man auf einen schiessen. Wenn er innozent ist, stirbst du. Und wenn es Traitor ist, stirbt er innozent. Also direkt. Was ist das für ein komisches Teil, wo man den Knopf drücken kann? Spiderman's Gun. Was kann ich mit dieser machen? Das ist ein Ding. Da kannst du in der Luft rumfliegen. Das ist die mit dem blauen Strahl. Spiderman's Gun. Jetzt Leertasten drücken. Oh und... Genau. Nitroid ist AFK anscheinend. Ist er. Nitroid. Da haben wir einfach rum. Vielleicht hat er wieder DC. So wie vorher auch schon. Jaaa. Jaaa... Jaaa... wahrscheinlich hat er DC. Nitroid. 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 Sonst muss man gleich abschlagen? Wenn du meinst, die es ist. Nein. Nicht? Es geht abläufig, es ist eine rote Flinte. Oh nein, da ist er schon wieder da. Er bewegt sich. Ja, ich bin wieder hier. Unsere Katze hatte eben ein Problem. Aha. Ein technisches. Es passiert bei mir irgendwie nichts. Ah, komischste Sagentechnik, da wird es zurückgelacht. Ich dachte, wir übernehmen es jetzt. Hast du dich wieder hinter dem Plenty versteckt? Was bist du? Lass, laufen wir rum, ich zeig euch etwas. Jetzt links rein. Ich habe nicht wieder Kacke. Nein, das ist falsch. Jetzt stürzen. Alter, du hast so viele Explosionsfeste. Ja, ja, warte jetzt. Nein, du hast mir das nicht über den Grimpf. Ah, das ist ein wahrer Waffe. Ah, du willst so eine Überraschung sagen, wenn ich mir eine Waffe rauf tut. Ja. Was machst du da? Nee, warte du wieder zu, Jungs. Jetzt wollen wir schauen, was ihr für Seich machen. Auf! Nein, jetzt geht sie nur. Warte, der ist rausgefallen. Ah, da ist... Tu die Tür zu. Warte jetzt, warte jetzt, warte jetzt, warte jetzt. Nee, pass auf, er will drauf schiessen. Nein, ich will da hinterher, du. Ja, nein, er will drauf schiessen. Es dreht sich eh nie, er wird drauf schiessen. Warte, ich muss mich verstecken. Also wäre ich Traitor, würde ihn drauf gemacht. Nein, da geht ja alles kaputt. Na und? Ja, aber der ist ja alles verarsch. Ja, aber wenn du stirbst, ist er verloren. So einfach. Verstecken wir uns jetzt einfach. Nein, warte mal, Stifo. Dann, wenn der Traitor kommt, werden wir eine Bombenüberraschung bereit. Ja, du, du doch nicht alles verraten. Dann gehört sie auch. Ja, eben. Dann sagst du noch, heute machen wir die Fässle hier auf. Dann wenn einer rein kommt, dann bumm. Dann sieht man die Fässle schon von aussen. Und Ranulu hat die Tür aufbauen müssen. Hallo. Mhm. Lass bitte noch aus. Ja. 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 Da bist du schnell verklopft. Ja, komm. Ah. Das wisse ist es. Er schiesst. Ich schiesse gar nicht. Wieso sind jetzt plötzlich so viele Leute hier? Ich weiss auch jetzt. Oh Mann, hätten wir doch nicht drauf geschossen. Oh nein. Da können wir sie alle reingeschlichen. Sobald Farbband ist. So. So. So Stefan, ich weiss die jetzt hier ein. Jawohl. Ja, da hat sie ein Geisle. Der tut jetzt. Der ist echt super stabil. Der kann gar nicht sterben, der Typ. Das ist der G-Man, der kann nicht sterben. Ich habe dort etwas drauf. Und was ist der G-Man? Ja, der ist eins. Ja, der ist eins. Mal, aber nie mit dem. So. Äh. Also. Ich bin eigentlich schon angeflinten. Traitor-Ding, schnell ein Dings. Äh, die G-Hat und Säcke hier in den Raum. Ja. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Wer ist's? Der Knight-Dryde? Ach ne? Nein, es war nicht. Der Decau. Der 2er. Ich habe ihn umgelassen. Was! Viel Spass. Nein. Nein. Ich will es nicht. Das ist das Löwen. Der Sack. Aber es hat so geil ausgesehen, die ganzen Feste vor der Tür, wenn sie weg sind, kommen sie gleich alle rein. Wie die Ratten aus dem Loch. Warst du eigentlich als Traitor? Der T-Counter Swiss Solution. Ah, ich war ausgesehen. Nein. Nein, du hast... Ich war der Traitor. Wer war der Traitor? Ich war der Swiss CH. Ah, der Swiss. Ja, ok. Eben, sehr verwirrend. Eben, darum Traitor ist der Solution und der andere ist der Swiss. Darum komm mal da hinten. Ja, wo bist du? Äh... WTF? Hinten dran, bitte hängeln. Hey, hey, hey. 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 Taramu, Taramu, komm nicht nachher mit dir. Ja, ist gut, ich gehe weg. Ja, ja. Irgendjemand schiesst rum. Achso. Nein, 3-1-2. Was für ein 3-Räum? Wärtsch. Wärtsch. Jetzt füllen wir alles rein. Hier füllen. Wärtsch. 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 Oh, der Traitorfall ausgelöst. Wow, wow, Saramo. Sicher du. Seid, ich komme jetzt hier zur Türe ein. Hallo, du bist der Einzige, der steht. Ja, aber du kannst die Traitorfalle nicht durch die Wange auslösen. Ui, ich hatte gerade eine Wasserhand und versuchte... Ja, das würde ich. Du bist der Einzige, der bei ihm gestanden ist. Zaramu, du bist eine Schwerverdächtigung. Der Anullu hat die Traitorfalle ausgelöst. Nein, Zaramu, das liegt auch eine Leiche. Wieso liegt da eine Leiche? Ja, ich nehme sie mit. Das Albschmort. Das Albschmort. Ja, klarer Fall von das Albschmort. Klarer Fall, ja. Gut mal zu dieser Tussi. Wär, 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 wär. Wär, 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 wär. Wär, wär, wär. Wuh, geil, ich habe ihn aufliegen lassen. Ja, ja, da ist der Traitorfalle schon ausgelöst. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wer es war. Ah, das ist ein guter Rache. Der Rente hat das Feuer. Wo lustigerweise steht jeder hier. Zaramu schiesst! Warte, konfirmen ihn. Wieder du? Stifo. Was ist, was ist das? Hä? Ja. Das ist verdammt schwer, ich habe nichts hier. So, ich bin dann die Rente gewesen, sagen wir mal. Ja. So, jetzt ist die Runde fertig. Danke für das Zuschauen. Wenn es euch gefallen, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Tschüss zusammen, mach jetzt gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.